Satisfying, oder? Guck mal, wie schön. Mütze oder Glatze? Was ist das für ein Vergleich? Mütze oder Glatze? Da würde ich lieber sagen Mütze, oder? Hallo aus den Philippinen. Hallo aus Deutschland. Von Deutschland. Natürlich Ecuador ist die Heimat. Das finde ich gut. Oh warte, wir müssen heute Schmuck. Heute machen wir Schmuck drauf. Weil sonst habe ich nie Schmuck. Jetzt habe ich irgendwie was. Oh mein Gott, ich dachte gerade, das ist eine richtig fette Spinne. Aber alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Okay, wir machen, erst mal Ring aussuchen. Wie alt, ich bin 19. Ich hatte so lange keinen Schmuck auf, das ist so komisch. Guck mal in meine Hände. Also erst mal, ihr dürft entscheiden. Also entweder dieser, ey, du musst gerade, dieser ist gut. Ich habe euch gerade so krass aufgefangen. Sonst wäre das nicht gut geendet. Oh, okay. Mein Handy, das klappt sich halt gar nicht mehr. Also das hat irgendwie gar keinen Bock mehr auf mich. Und so. Oh Mann, danke dir. Okay. Also auf jeden Fall erst mal den Ring, aber der ist halt ein bisschen groß. Der rutscht die ganze Zeit. Ähm, okay. So. Dann entweder so. Ich habe halt nur so. Ja, die Ringe sind schon süß. Den hier. Ja, ich komme aus Heidelberg. Bist du Türkin? Nein, ich bin keine Türkin. Der Ring, findet ihr den? Okay, warte, soll ich einfach hier noch... Ich mache, also Leute, ich mache ein Finger, äh, jeden Dings. Ach, kann ich reden? Ich mache einfach auf jeden Finger, okay, der passt nicht, einen Ring. Und ihr müsst dann entscheiden, weil ich trage den auf dem Dings, auf dem, den Ring, auf dem Ring, Fingerring, Ringfinger. Was? Oh mein Gott. Ich kann kein Deutsch mehr. Scheiße. Das war jetzt peinlich. Scheiße. Okay, auf jeden Fall. So, ich habe jetzt die drei. Ja, die drei, glaube ich. Also hier noch den, ähm, Cartier-Ring. Den Cartier. So. Sieht's krass aus. Oh mein Gott, der ist fast runtergefallen. Ja, doch, das sind alle. Okay, welchen Ring soll ich am Ringfinger tragen? Außerdem, also jeder, ihr dürft euch jetzt aussuchen. Den trage ich dann am Ringfinger. Schreibt es rein, Leute. Es ist wichtig. Es ist eine wichtige Entscheidung. Rechts, Cartier. Also rechts ist das. Cartier ist das, ja. Okay, warte, Cartier. Ich brauche noch mehr. Der am kleinen Finger. Den finde ich auch schön. Ich glaube, ich mache den raus. Ich weiß nicht, der ist halt schon groß. Ich glaube, okay, der kommt raus. Was sagt ihr? Au. Das Ding ist, der, ich weiß nicht, der ist ein bisschen, der ist mir zu groß. Okay, den mache ich raus, dann ist es einfacher. Der am kleinen Finger. Ey, ich tendiere auch zu dem hier. Ich sage euch ehrlich. Sagen Sie mir. Hilfen Sie mir. Hilfe 360. Der am kleinen. Okay, zweimal. Zweimal der hier. Leute, zweimal der Finger. Einmal der. Den anderen habe ich rausgeschmissen. Wo bin ich hier gelandet? From the. Okay, mein. Nein. Schöne Hände, danke. Aber da habe ich. Egal. Ich brauche noch. Leute, ich brauche eure Meinung. Es sind 30 Leute hier drin. Ihr müsst, ihr müsst eine Meinung haben. Okay, welcher Ring? Das ist überhaupt richtig. Welchen Ring soll ich anziehen? Einfach den vom kleinen Finger. Okay. Fake. Hä? Okay, das haben jetzt drei Leute schon gesagt. Was? Was? Welcher Ring? Ich habe eine Frage. Mittelfinger. Okay, das haben zwei Leute gesagt. Das haben drei Leute gesagt. Alle. Genau, alle. Oh, Leute. Ich brauche... Okay, ich glaube, ich sage ehrlich, ich bin... Ich nehme den. Alle. Aber alle sieht halt schon... Das sieht halt bescheuert aus. Richtig bescheuert, Mann. Das ist echt... Kacke. Mittelfinger weg. Hey, machst du Kooperation? Ja, schreib mir auf Insta für Kooperation. Kannst du bitte grüßen, heiße Aurelia. Ich grüße dich, Aurelia. Mittelfinger weg. Schick der hier weg. Nein, sieht gut aus mit allen. Nein, die haben ganz verschiedene Farben. Glaubt mir, Leute. Das sieht echt nicht gut aus. Vertrau mir... Vertrau deinem äquatorianischen Bruder. Ja, du hast halt schon... Das Ding ist, du hast halt... Dem gesagt und... Äh, den Finger. Und von vielen haben das auch schon gesagt. Nimm jetzt den vom kleinen Finger fertig. Ja, ganz ehrlich, nehm ich die mit dem kleinen Finger. Das ist jetzt, weil ihr euch nicht mehr gemeldet habt. Und euch nicht mehr... So, hier. Das haben wir jetzt auf jeden Fall. Tja, das sieht auch gut aus, oder? Ich bin auch so... Ja, ja, ja. Wie geht's Ihnen? Mir geht's gut. Was geht Ihnen? Perfekt. Richtige Entscheidung. Okay. Ich bin froh. Jetzt brauchen wir aber nur noch ein Armband. Ah, nee. Doch. Ja, nein. Doch, Armbänder. Guck mal, wie süß ist das. Das hat ich vor lange nicht mal an. Ih, da steht mal ein Name drauf. Luciana. Oh. Sieht man... Oh, das sieht man ja falsch rum. Sind zwei... Sind das zwei Ringe? Ja, das sind zwei Ringe, aber die gehören zusammen. Danke fürs Folgen und danke für die Rose und danke für die Likes. Danke an Tecker. Spricht noch nicht aus, gell? Tecker? Auf jeden Fall haben wir dieses schöne Armband. Dann dieses tolle Armband. Und dieses tolle Armband. Und so. Aber das mit meinem Namen. Dann weiß jeder, wie ich heiße. Dann weiß jeder, dass ich Luciana heiße. Das kann ich nicht bringen, oder? Oder das golde Armband. Aber das ist halt so groß. Ne, das ist zu groß. Das kann ich nicht anziehen. Little Tacker. Little Tacker. Ach so, deswegen. Weil kommst du? Ich komme aus Heidelberg. Heidelberg ist wild. Danke für die Likes. Oha, du hast alleine schon... Oder du hast schon alleine schon fast 1000 Likes gemacht. Das ist dein Herz. Okay, ihr dürft jetzt nochmal entscheiden. Und dann...